. Nabelschnur um den Hals, Neumann Major den Sparks übergebohrt. Das hätte auch böse ausgehen können. . Seitdem zwei. Mai sind Jordan Sparks, 28, und ihr Mann Dana Isaiah glückliche Eltern eines Sohnes. . Mit seinen stolzen 4 Kilo und einer Größe von 53 Zentimetern kam Yvonne Propens war kerngesund zur Welt, bei der Geburt gab es allerdings einen schlimmen Schreckmoment, die Nabelschnur war gleich zweimal um seinen kleinen Hals gewickelt. Das berichtet nun gegenüber Peoplet. . Die frischgebackene Mama selbst bekam diesen feuchteinflößenden Anblick allerdings nicht zu Gesicht, ich habe es nicht gesehen, mein Blick war in die andere Richtung gerichtet. . Aber mein Mann sagte, es habe beinahe wie ein Schal ausgesehen. Dem dürfte in diesem Moment mit Sicherheit ziemlich mulmig zumute gewesen sein. . Zum Glück hatte die Hebamme alles voll im Griff und entfernte die Nabelschnur im Handumdrehen. . Als Thomas J.R., wie der kleine Sohnemann heißt, dann seinen ersten Atemzug tat, durfte ihn endlich in die Arme nehmen. . Schon kurz darauf ließ sie auch ihre Fans an ihrem Mutterglück teilhaben und postete einen niedlichen Baby-Schnappschuss auf Instagram. . So friedlich wie Baby darauf schlummert, dürfte er die Strapazen der Geburt auch prima weggesteckt haben. .